Ja, und es wird immer später und später und später, aber während hier das eine Video verändert, habe ich noch kurz Zeit um Gold, Silber und auch heute einfach mal Kupfer zu analysieren, weil ich letzte Woche irgendwie danach gefragt worden bin. Wir fangen an mit Gold auf dem Tageschart. Wir befinden uns im riesigen Triangle. Das hatten wir hier nach unten hin durchbrochen auf Tagesbasis. Drei-Tageschart zeigt uns ganz klar, dass wir das nicht gebrochen haben. Zwei Auflagepunkte, drei Auflagepunkte, vier, fünf und sechs. Alles noch im Rahmen. Frühste Einstiegsmöglichkeit für mich in Gold. Ganz klar, wenn wir diese Diagonale nach oben hin durchbrechen. Sprich, wir setzen uns auf die 1800 hier und ziehen dann weiter hoch. Einstiegsmöglichkeit für mich hier bis zu dieser Diagonalen Linie 1850 und natürlich der mega wichtigen Diagonalen absteigenden Resistance Linie hier, die hier vorläuft. Wenn wir uns hier mal draufsetzen und das Ganze als Support bestätigen, ja dann können wir auch sehr, sehr tolle Kurse erleben bei Gold. Aber davon sind wir auch hier noch ein Stück entfernt. Nach oben, genauso wie nach unten. Gleiche Sache. Wenn wir nach unten mal etwas verlassen und zwar ist das erstens dieses Triangle und zweitens diese horizontale Support Linie bei 16,770 nach unten hin durchbrechen mit einem Tagesschluss. Dann, oh je, mal sehen, wo es dann hingeht. Das wage ich jetzt noch nicht zu sagen. Allerdings sind wir davon jetzt auch ein gutes Stück entfernt. Also im Moment sind wir ganz klar neutral beim Gold. Es sieht nicht schlecht aus. Es sieht aber auch nicht gut aus. Trade-Möglichkeit für mich, wenn wir uns hier draufsetzen und weiter hochziehen. Diesen Punkt überschreiten. Long in diese Richtung. Nach unten werde ich keinen Trade nehmen. Nein, auch nicht, wenn wir hier diesen Knotenpunkt, ja doch vielleicht, wenn wir diesen Knotenpunkt nach unten hin verlassen, einen Tagesschluss kriegen unter der 17,50. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht nochmal diesen Punkt hier anlaufen. Was dann passiert, müssen wir sehen. Aber wie gesagt, davon sind wir weit entfernt. Wer Gold traden will, hat hier vielleicht nächste Woche eine Long-Möglichkeit. Einfach mal drauf aufpassen. Silber sieht kacke aus. Silber konsolidieren wir nicht in einer Art Triangle, sondern in einem Kanal. Dieser Kanal bewegt sich zwischen 30 und 22 Dollar. Verlassen wir diesen Kanal mal nach unten. Müssen wir damit rechnen, dass wir die Kanalhöhe, das sind 8 Dollar, nach unten abarbeiten. Von 22 Dollar, 8 Dollar nach unten. Dann landen wir geschmeidig bei 14 Dollar. Aber das ist hier unten natürlich ein schmanker Einstieg wieder in Richtung Norden. Aber davon sind wir auch noch in Anführungsstrichen weit entfernt. Einen Long würde ich aber jetzt hier überhaupt nicht drüber nachdenken oder überhaupt nicht nehmen. Denn wir sind nicht annähernd hier so nah an einer Long-Möglichkeit wie bei Gold. Wir haben bei Silber alles an Widerständen über uns. Wir sind unter dieser Diagonal. Unter dieser, dieser und dieser. Für mich ist ein Long-Einstieg bei Silber eigentlich erst wirklich sehenswert oder nehmenswert, wenn ich diese diagonale Linie hier nach oben hin breche, bestätige über diesen Punkt hinaus. Hier unten noch diese Diagonal-Möglichkeit. Bruch, Retest, Bruchziehen. Mögliche Long, aber spekulativ. Relativ enger Stop-Loss. Die wirkliche, sicherere Variante ist diese hier. Ansonsten würde ich bei Silber jetzt gerade gar nichts machen. Wir befinden uns jetzt hier noch einer horizontalen, leichten Support-Linie. Einfach abwarten an der Seitenlinie, T-Trinken, Trade-Möglichkeit für mich nicht. Letzte Woche habe ich über Kupfer geredet, weil mich jemand gefragt hat, ja, wie siehst du die Zukunft von den Edelmetallen? Ich sehe eine rosige Zukunft für Kupfer. Da habe ich euch das hier gezeigt und ich habe damals schon gesagt, hey, wir befinden uns auch hier in einer Art Triangle. Wenn wir da mal nach unten rausfallen, dann kann es auch schnell gehen. Und die Ziele daraus, die habe ich euch auch schon gesagt. Jetzt ist genau das passiert, was ich hier letzte Woche gesagt habe. Wir sind hier hin und her und hoch und hin. Und dann sind wir nicht durch eine, nein, wir sind durch zwei Linien gefallen. Das ist Kacke, richtig Kacke. Und was noch viel bescheidener ist, ist folgendes. Wir sind nicht nur hier nach unten gezogen, nein, wir sind auch noch viel weiter runter. Und jetzt sind wir wieder hochgekommen. Und jetzt denken viele Leute, hey, ja, es geht wieder aufwärts, Mario, laber nicht, so eine Kacke. Nein, wir müssen jetzt abwarten, was passiert. Denn das, was jetzt hier gerade passiert, und zwar diese, in Anführungsstrichen, 5%, die wir nach oben kommen, das kann ganz einfach nur folgendes sein. Ausbruch, retest. Und wenn wir dann diesen Punkt hier überschreiten, für mich ganz, ganz klar eine Short-Möglichkeit. Und das hier, was wir jetzt hier nach oben hin sehen, das kann nur ein Retest dieser extrem wichtigen Linie sein, die uns 1, 2, 3, 4 mal Support bedeutet hatte, bevor wir nach unten hindurch geflogen sind. Wenn wir die jetzt antesten und wir dann nach unten ziehen, dann haben wir hier ganz klar eine Short-Möglichkeit unter der 3.950, sag ich mal, hier ist noch leichter, horizontaler Support, hier drunter fallen. Oh je, dann habe ich auch schon ein Ziel ausgerechnet habe. Es lag ungefähr hier, glaube ich, bei 3.400, 3.300. Und das kann auch relativ zügig gehen. Also, aufpassen bei Kupfer, ich würde hier aktuell nicht über einen Long nachdenken. In dem Sinne nochmal ein ganz kurzes Update zu Gold, Silber und Kupfer. Jetzt aber, schönes Wochenende, einen tollen Start in dieses Nehmt-an-Dem-Gewinnspiel-Teil. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll.